Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for Defekt 89, zurück bei Let's Play Curb in das Vergessene Land. Ja, wir beginnen tatsächlich nochmal mit dem Level Feuerhöhle im Kraftwerk, bevor wir mit dem Final Boss beginnen. Weiß es überhaupt der Final Boss sein wird. Sagen wir mal, es wird garantiert der Boss von... Aua! Oh, shit. Sagen wir es mal so, es wird garantiert der... Boss von dieser aktuellen Welt und... Ja, eigentlich wollte ich ja damit anfangen, aber... Ich hab grad nämlich einen Hilfsvordeldee gefragt und tatsächlich befindet sich hier noch eine versteckte Blaupause. Na, komm jetzt... Oh, nein! Aber ja, das hätte mir eigentlich auch auffallen müssen. Toll, da spiel ich schon ein Level öfters für die 100% für alle Wordeldees und dann vergesse ich eine Blaupause hier. Na gut. Na gut. Komm jetzt... Lass mich bloß da rein! Ey, wieso komm ich nicht rein, verdammt! Oh! Wie muss ich eigentlich reinfliegen? Komm jetzt! Lass mich um Himmelswind da rein! Wird da wohl nicht so schwer sein! Vielleicht muss ich's von hier aus mal versuchen. Na endlich, jetzt bin ich drin. Ja, und das ist nämlich die Tiefschlafblaupause. Ein Upgrade für das Schlafpower-Up. Äh, ja! Ich, äh... Weiß nicht, wo welchen Utzen man daraus zieht. Aber gut, ich nehm das mal. Gut, dann sehen wir uns wieder beim Dorf der Wordeldees. So, da sind wir wieder. Und jetzt frage ich mich eigentlich... Wozu braucht man bitteschön... Eine Weiterentwicklung für den Schlaf... Also für das Schlafpower-Up. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht wird es doch, äh... An sich... In einer anderen... Wird es doch an sich... In einer anderen Form nützlich? Probieren wir's mal. Aber dann haben wir jetzt wirklich alles mindestens einmal geupgradet. Nein. Hm. Ich brauch gleich drei... Die restlichen drei Schatzsteine, die ich bekommen habe. Haha. Die müssen wir einfach mal, äh, hier... Oh. Moment. Äh, ja, die Mütze wird einfach mal mutförmig. What? Wir bekommen eine Extra-Leiste? Hm. Erstmal ab ins Bett und eine Runde schlafen. Wenn ich wieder wach bin, dann gibt's was auf die Schlafmütze. Okay. Ja, okay, also... Die hat generell den Sinn, dass sie ein paar KP wiederherstellen. Okay, okay. Hab schon verstanden. Tja, also damit haben wir alle... Ich glaub, wir haben alle Power... Äh, Power-Ups auf das Maximum gebracht. Shit ich mal. Weil wir haben ja auch... Wir haben auch schon alle Schatzsteine hergegeben. Mehr gibt's anscheinend nicht. Schätze mal, wir haben alles. Gut. Ähm. Dann wird's Zeit für den Boss hier. Die Gegenwart des Königs. Ein weiteres Mal gegen König Dedede. Der ist ja mit unserem Kumpel abgehauen. So. Dann nix wie hin. Wir haben sogar noch eine Extra-KP-Leiste bekommen. Wie geil ist das denn? Oh, wir haben vier Power-Ups zur Auswahl. Laser. Oh, ein Lift geht dabei runter. Sturm oder Schwert? Hm. Ich glaub, den Laser mag ich am liebsten jetzt aktuell. Also den Weltraumentdecker. Weil mit dem kann man wirklich ganz schön abgehen. So. Hey, du! Oh, Mann. Das sieht aus, als würde er leiden. Jetzt kriegt er eine Maske. Oh, er hat zwar einen Fair Guest... ...di, di, di. Und er dreht diesmal zwei Hammer. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Na toll, ich hab Schaden erlitten. Ah, na komm. Was machst du? So, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. Come on. Ah. Jetzt wirft er auch noch mit seinen Hämmern oder was. Aber es sieht nicht schlecht aus. Zumindest was die Zeit betrifft. Aber wir haben leider Gottes Schaden erlitten und das wollte ich eigentlich vermeiden. Oh. Oh. Okay, diesmal aber passe ich mit dem Timing ein bisschen auf. Und Schiss. Oh. Natürlich. Natürlich, es kommt noch eine Phase. Ja. Und dabei bekommt er den KP wieder. What? Der läuft jetzt auf einen 4? Was ist mit ihm falsch? Holy shit. Ah. Okay. Von dem sollte ich auch mal mit den Konter arbeiten. Weil, wenn ich ausweiche, sollte ich auch gleich direkt angreifen. Das gibt noch zusätzlich Damage. Sehr schön. Also, der aufgeladene Schuss ist einfach nur der Hammer. Und auch der Konter macht nicht schlechten Schaden. Ah, nein. Da ist Lava. Wo er landet. Holy shit. Und das wär's. Ein einziger Schuss noch. So. Haben wir wenigstens irgendeinen Challenge geschafft? Welche Feuerangriffen von Vergesse-DDD aus? Okay, das wenigstens haben wir geschafft. Oh. Den Boss mit Power mit einer Stufe 2 entwickelten Spezialpower. Stufe 2. Aber ich hab eine Stufe 3. Hast mindestens Stufe 2 wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das gemeint. Weil ich hab eine Stufe 3 Power. So. Irgendwann haben wir zwei Herausforderungen geschafft. Und innerhalb von zwei Minuten? Okay. Da war ich zu langsam. Ich hätte auch mit dem Konter wirklich besser arbeiten müssen. Hey. Hey. Oh. Es scheint, dass wäre er wieder... Er selbst. Vor allem die Kriegsbemalungen. Merke ich auch erst jetzt. Oh shit. Oh oh. Oh je. Jetzt kommt eine ganze Armada. Oh nein. Ein Waddle-D. Bleib zurück. Ja. Der König lässt seine Kameraden nicht zurück. Komm schon. Schnapp in dir. Komm. Köpfe hält den... Liff... Nein. Nein. Oh man. Der Opferzicht. Von uns. Muss man schon sagen. Was für ein... Labor? Descouverer? Aber was für ein Ehrenmann, muss man sagen. Oh shit. Automatische Spracherkennung aktiviert. Oh. Authentifizierungssystem aktiviert. Authentifizierung. Authentifizierung. Zugangscode bestätigt. Initiierung des Gebäude-Navigationsprotokolls. Oh mein Gott. Wir haben hier deutsche Sprache. Zur Traumentdeckungstour in unserem Labor. Ähm. Während dieses spannenden Rundgangs werden Sie die ultimative Lebensform kennenlernen. Spezimen IDF86. Ultimative Lebensform? Shadow? Hallo? Auf unserem Planeten führte IDF86 ein Feldzug der Zerstörung, der unsere heimische Tierwelt zu bedrohen schien. Unseren Forschern glückte jedoch die Gefangennahme, bevor es seine Invasionspläne umsetzen konnte. Und das wird einfach wie eine... Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von IDF86. Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen planetarischen Teleportationstechnologie bilden. 30 Jahre nach Forschungsbeginn kam es in Folge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall. Dabei gelang einer neuen Lebensform die Flucht, die sich vom Hauptspezimen abspaltete. Sie wurde bislang noch nicht gefunden. Seit diesem Ereignis zeigt IDF86 keinerlei Aktivität mehr. Es befindet sich nun in permanenter Stasis innerhalb der maßgefertigten Ewigkeitskapsel, hier im obersten Stockwerk des Labors Discoverer. Okay. Und da wären wir auch schon. Begrüßen wir die ultimative Lebensform. Spezimen IDF86. So, ist sie jetzt fertig? Also erstens, deutsche Sprachausgabe. Zweitens, das wird einfach wie eine Tour dargestellt. Holy shit, was zum Teufel. Oh mein Gott, also straight zum Final Boss. Oh mein Gott, also hier die 100% zu machen. Da sitze ich ja lange dran. What the hell? Tja, ich würde liebsten beim Laser bleiben, aber... Jetzt würde ich mal ein bisschen Abwechslung schaffen. Ich meine, auch das Feuer ist gut, aber... Ich glaube, ich schieße lieber, weil das ist ja auch... Ich bleibe lieber beim Laser. Oh mein Gott, wir gehen direkt zum Final Boss über. Holy shit, was zum Teufel. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, hallo? Sieh nur genau hin. Oh, so Eindringling. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Nein, nicht im geringsten. Dabei verfügt der Große einen nicht einmal über seine vollständige Form. Ohne seine andere Hälfte ist er unvollständig. Andere Hälfte? Wenn ich das so sehe, sieht das aus wie... Nein, oder? Vor langer Zeit gewährte der Große eine den Bewohnern dieser Welt eine wunderbare Kraft. Die Bewohner verließen daraufhin diese Welt und betraten ein Land der Träume. Sobald der Große eine wieder vollständig ist, dann ja, dann wird uns ebenfalls diese wunderbare Kraft verliehen. Uns, die wir in diesem vergessenen Land zurückgelassen wurden. Und nun ist dieser Zeitpunkt endlich gekommen. Oh nein! Er ist also die andere Hälfte! Oh, aber andererseits. Ich glaube, er hieß Mark, so wie auch immer dieser Clown hieß. Weil der hat unsere... Weil der war mal ein Kirby-Erzfeind, der noch nett getan hat, aber... Dann am Ende sich als das, äh... Als die Wurzel allen Übels herausgestellt hat. Hm. Jedoch er, aber im Vergleich zu ihm... Marx, ja, so hieß der Clown. So hieß dieser Clown oder Joker in... Diese narrenähnliche... Dieses narrenähnliche Monster. War das wirklich, äh... Ich weiß es gerade nicht mehr, da... Da gab's ja mal ein, äh... Da gab's ja mal ein Kirby-Spiel, wo... Wo es, äh... Wo der Erzfeind tatsächlich jemand war, der anfangs noch, äh... Sogert Hanada-Zwerh, unser Verbündeter. Aber anders als, äh... Der hier, äh... Sogert Hanada-Zwerh, unser Verbündeter, bevor er... Äh, bevor er sich herausgestellt hat, dass er in Wahrheit die Wurzel allen Übels war. Und... Ja. Von vornherein nur Böses in Sinn hatte. Aber anders als er... Ist Elphelin. So hieß er, so heißt er doch. Ich kann mir den Namen nicht wirklich merken. Nur unfreiwillig die Wurzel allen Übels. Hm. Das ist mal eine Abwechslung. Oh, nein. Ob wir ihn daraus wieder befreien können? Ganz recht. Diese winzige Kreatur ist die fehlende Hälfte des Großen Einen. Nach all der Planung und der Plackerei können wir den Großen Einen endlich behelflich sein, seine vollständige Form anzunehmen. So viele Jahre träumten wir bereits von diesem Moment. Solltest du uns in die Quere kommen... Verputzen wir dich mit Haut und Haaren! Ah, shit. Deine Schergen können mir nix. Oh, oh. Jetzt kommt er natürlich selbst. Der König der Bestien. Ja, ich wollte... Leopold! Ich wollte schon sagen! Der Name kam jetzt ein bisschen... Oh! Aufpassen auf seine Clown-Angriffe. Oh, shit. Ich dachte schon, der erwischt mich dabei. Oh, man. Bleib weg! Oh, shit. Ah! Oh, shit. Uff. Ah! Na, komm schon, mein Großer. Ah! Das ist mir eine knappe Geschichte hier. Alter! Das ist mir jetzt nicht so, dass ich es mir noch schaffe, von ihm wegzukommen. Ihr sollt auch wirklich öfters mit den Konter arbeiten. Ah! Okay. Jetzt kommt die nächste Phase. Oh, shit. Oh, shit! Jetzt leuchten seine Augen hier. What the hell? Uh! Uh! Uah! Uh! Das ist ein epischer Angriff. Hey, vielleicht schaffe ich ihn ohne Schaden. Come on, das wäre doch... Oh! Haha, Konter erfolgreich. Oh, man. Was jetzt? Ein Laserangriff! What the hell? Das setzt einfach mal ein Hyperstrahl ein. Haha, aber wir haben ihn ohne Damage besiegt. Boom! Ha! Da haben wir ihn. Hey, heißt das, wir haben ihn rechtzeitig befreit? Come on! Du bist frei, kleiner Kumpel. Ich will an eurer Stelle nicht dänzen, sondern lieber verschwinden. Du, du wachst es! Plan ruiniert! Wichtiger Plan! Benötige Arbeiten! Öffnet wer... Be... Fandler, kein brachte, sehr, machte... Großen Fehler! Lästiger, rosa Fremdkörper! Ist das ein Roboter? Das klingt jetzt schon so wie einer. Sorgfältige Planung, zunächst gebracht, weitere Planung, zwecklos Geduld, aufgebraucht, Zielsetzung angepasst! Alles soll verschlugelt werden! Oh, fuck! Oh, nein! Das Monster kommt raus! Verschwindet von hier! Oh, nö! Auch das noch. Hä? Oh, fuck! Das meinte er, somit alles soll verschlungen werden. Äh! Oh, shit! Raus hier! Verschwindet! Los! Oh, nein! Ich komme ja schon! Nichts wie raus hier! Jetzt aber raus hier! Jetzt aber raus hier! Aber schnell! Äh, feiert... Äh, freut euch nicht zu früh! Das Vieh kommt raus! Ja, ich sag's ja! Kommt jetzt! Rennt! Oh, no! Invasion Art! Oh, shit! Ultimo Verges! Oh, shit! Oh, das Vieh ist schneller als ich! Okay, es bleibt dazwischen stehen, oder was? Au, 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 au! Wieso? Ich kann mich nicht bewegen! Oh, shit! Das Vieh ist auch ekelhaft! Hier, gucken die ganzen Tiere aus, die er verschlungen hat! Verschwinde von dort! Ähm! Ich muss einen Koffi mal ausreichen, oder was? Oh, shit! Wenn ich die ganze Bossphasen hier ohne Schaden durchmachen muss! Also, Leopold! Dieses Vieh... Ah! OMG! Ich will gar nicht erst dran denken! Ah! Wo siehst du hin? Ich will erst wirklich gar nicht dran trinken, was da noch kommt! Äh! Hey, 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 hey! Nicht, dass das Vieh mich da auch noch verschluckt hier! Nein! Da springe ich... Rein in die verdammte Krütze! Komm, das war's jetzt mit ihm! Yes! Verschwindet von dort! Rennt weiter! Oh, no! No! Jetzt hat er ihn auch! Ah, nein! Jetzt... Jetzt hat er ihn absorbiert! Oh, no! Jetzt ist er vollständig! Aber Kirby gibt nicht auf! Wir retten ihn! Holy shit! Ich frage mich echt, wie ich das noch vervollständigen kann hier! Oder bekomme ich keine extra Waddle Dees? Ist das Einzige allein, äh, auf, äh... Auf den König-DD-Bosskampf beschränkt? Das wär's doch! Aber dann müsste ich trotzdem die anderen Bosskämpfe noch bestreiten! Ich glaub, zum Abschluss nutze ich lieber Meta Knight's Power! Auch wenn ich gerne im Fernkampf spiele... Und das auch wirklich geil abgeht! Ich glaube, zur Abwechslung möchte ich ihm zur Ehre seine Kraft nutzen! In den Final Boss! Okay, da sind wir! Holy shit! Kann!